Zum Pfundsmuseum in Klein-Sassen, mitten in der Rhön. Rund 20 Autominuten entfernt von der Stadt Fulda befindet sich das Pfundsmuseum, welches 5000 Jahre Kulturgeschichte über Messen und Wägen zeigt. Auf 250 Quadratmeter werden mehr als 40.000 Objekte von der Antike bis heute gezeigt. Die Sammlung umfasst Messinstrumente von verschiedensten Berufen aus fast allen Ländern, Erdteilen und Kulturen. Führungen durch das Museum sind möglich. Alternativ hierzu kann sich der Besucher über WLAN zu zahlreichen Objekten deren Beschreibung anhören. Neben den verschiedenen Messinstrumenten wird auch alte Literatur aus dem Wagenbau gezeigt. Diese Vitrine zeigt die leicht transportablen, keulförmigen Bismarhr-Wagen aus Dänemark und Schweden, darunter Wagen aus Russland. Hier weitere Exponate in verschiedener Ausführung und Einzelgewichte. In zahlreichen Reiseländern werden alte Gewichte und Wagen nachgebaut und den ahnungslosen Touristen teuer als wertvolle Antiquitäten verkauft. Hier einige Beispiele. Im ersten Stock stehen verschiedene Wagentypen auf Tischen, welche vom Besucher ausprobiert werden können. Kinder können hier spielerisch die Hebelgesetze kennenlernen. Direkt daneben im Kolonialwarenladen stehen auf der Theke die typischen schweren mechanischen Verkaufswagen des 20. Jahrhunderts. Dahinter im Regal die leichteren Tafelwagen mit Gewichten, wie sie im 19. und 20. Jahrhundert auf den Wochenmärkten verwendet wurden. Hier dieselben Ausführungen als Spielzeug für die Puppenstube oder den Kinderverkaufsladen. Für extrem genaue Zutatenabmessungen in Apotheken oder wissenschaftlichen Instituten wurden die Präzisionswagen in Holzglaskästen montiert, damit kein Luftzug die Ergebnisse verfälscht. Im Hintergrund Messinstrumente zur Dichtebestimmung, vorne Thermometer und Glaskolben zur Temperatur- und Flüssigkeitsmengenbestimmung. Darunter Balkenwagen ohne Holzglaskasten, wie sie oft in Apotheken zur Mengenbestimmung des Medikamentenpulvers für den Verkauf eingesetzt wurden. Im Hintergrund Blutdruckmessapparate als Quecksilbermanometer, darunter im Glaskasten Elektrokardiographiegeräte zur Herzkurvenbestimmung für die Arztpraxis. Rechts im Bild verschiedene Generationen von Parkuhren. Eier werden nach Gewicht sortiert, welches den Verkaufspreis bestimmt. Große Hühnerfarmen hatten hierzu eine Eiersortiermaschine. Die schwersten Eier liegen ganz links, die leichtesten Eier ganz rechts. Die Zwischengrößen sortiert in der Mitte. Auf kleineren Bauernhöfen mit wenigen Hühnern wurden die Eier auf speziellen Eierwagen einzeln abgewogen. Die beiden hohen Waagen dienen zum Abwägen von Daunen, welche in Bettdecken oder Kopfkissen abgefüllt wurden. Bei der Waage aus Holz mussten noch Gewichte aufgelegt werden, während bei der hellblauen Waage das Zielgewicht mittels eines Laufgewichtes eingestellt werden konnte. Diese modernere Version besitzt bereits ein Gebläse, mit welchem die Daunen direkt in die Hülle eingeblasen werden können. Links im Bild eine alte Pendelstechuhr zur Anwesenheitskontrolle der Arbeiter im Betrieb. Mit solchen Gefäßen wurden Flüssigkeitsmengen geeicht. Damit überprüfte der Eichmeister, ob eine Tanksäule auch tatsächlich die angezeigte Benzinmenge ausgibt. Die entsprechende Tanksäule von 1939 befindet sich auch im Funzmuseum. Benzin zum angegebenen günstigen Preis gibt es leider nicht mehr. Noch im 19. Jahrhundert hatte jede Region ihre eigene Längenvorstellung einer Elle. Was diese verschiedenen Ellenmessgeräte auch zeigen. Taschenrechner gab es erst ab Ende der 1970er Jahre. Zuvor benutzten Schüler und auch Ingenieure Rechenschieber, welche zwar recht genau das Zahlenergebnis anzeigten, aber die Kommastellen oder Anzahl Nullen mussten immer noch überschlagsmäßig im Kopf gerechnet werden. Im obersten Stock befinden sich gefühlsmäßig 1000 Gewichte aus der Antike bis ins 20. Jahrhundert, unterteilt in verschiedene Regionen Deutschlands, Länder Europas, sowie aus mehreren Kontinenten. Diese Vitrine zeigt Gewichte aus Norwegen, Dänemark und dem alten England des 13. und 14. Jahrhunderts. Hier exotische Gewichte, unter anderem aus Bahrain, Usbekistan, Mexiko, Brasilien und Afrika. Das Pfundsmuseum besitzt die weltweit größte Gewichtesammlung mit Exponaten aus Afghanistan. Als besondere Attraktion gilt diese über 500 Jahre alte Turmuhr, welche 1519 von Hans Dahlhoff erbaut wurde. Damals hatten Kirchturmuhren noch keine Zeiger, für die Zeitangabe genügte der Glockenschlag. Zu dieser Zeit wurden Tag- und Nachtstunden separat gezählt. So konnte eine Stunde im Hochsommer am Tag bis zu 80 Minuten lang sein. Im Winter lag sie deutlich unter 60 Minuten. Hierzu musste die Uhr jeweils bei Sonnenaufgang und Untergang mit den oben liegenden Gewichten auf die entsprechende Laufgeschwindigkeit eingestellt werden. Die detaillierte Funktionsweise wird in einem separaten Video dargestellt und ist oben verlinkt. Zum Andenken an das Pfundsmuseum kann am Eingang des Pfundsmuseums ein altes Gewicht zu einem symbolischen Preis erworben werden. Beliebt sind solche Gewichte auch als Türstopper oder Ständer im Bücherregal. In der 230 Meter entfernten Kunststation lassen sich die überwältigenden Eindrücke des Pfundsmuseums bei Kaffee und Kuchen gemütlich Revue passieren. Der Besuch des Pfundsmuseums lohnt sich bei jedem Wetter, selbst bei ausgiebigem Regen und wird sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben.